Hallo und herzlich willkommen zu unserem Jahr 2022. In diesem Jahr ist viel passiert. Wir hatten viele Touren, viele Erlebnisse und sind auch von 1000 Abonnenten auf 1755 Abonnenten gewachsen. Und wir wachsen immer noch und das freut uns. Denn wir haben die halbe Million Abonnenten, äh Abonnenten sage ich schon, halbe Million Aufrufe auf YouTube geknackt. Und das hat uns auf jeden Fall, oder das gibt uns auch ein Ziel immer weiter zu machen, für euch Videos zu produzieren und für euch raus zu gehen und unsere Erlebnisse mit euch zu teilen. Und wir hatten dieses Jahr große Touren, kleine Touren, zum Beispiel hatten wir die zwei Kanotouren, eine in Schwerin, eine hier auf der Weser oder Fulda. Und auch mit dem Fahrrad ging es die ganze Weser runter und da hat Uke uns ja verlassen. Aber die nächste Tour, die 1100 Kilometer, versuchen wir beide durchzuziehen und die werden auch durchgezogen. Zu Weihnachten habe ich ein neues Gravelbike von meinen Eltern bekommen, deswegen liebe Grüße gehen an die noch mal raus für das Fahrrad, weil da euch unterstützt nehme ich auch. Wir bedanken uns auch an den Sponsor Mulsano, der uns bei der Fahrradtour unterstützt. Und wir sind auch gerne und freuen uns, wenn ihr uns anschreibt als Sponsor, weil nur mit Sponsoren sind solche ganzen großen Projekte immer auch möglich. Vielen Dank, liken und abonnieren, Glocke aktivieren. Und jetzt gibt es auch ein Schlussfazit von Luca. Ja genau, ich erhoffe mir ein schönes nächstes Jahr, auch mit uns zusammen, dass wir noch schöne Touren machen oder dann im Sommer viel Spaß haben werden auf der Fahrradtour. Also, dass es kein Reinfall wird, aber das denke ich auf jeden Fall nicht. Ja, dann würde ich sagen. Verabschieden wir uns von diesem Jahr und ich würde sagen, ihr seht jetzt einfach noch mal ein paar zusammengeschnittene Inhalte von diesem Jahr, was wir alles erlebt haben. Ich würde sagen, viel Spaß und wir sehen uns, wenn das neue Jahr beginnt. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Happy New Year!